Hallo, wir sind die Familie Kubitz und wir wollen euch ein bisschen über unser Bambuk berichten, das wir folgenden Monat abholen konnten. Wir glauben, es ist viel interessanter, einen Erfahrungsbericht abzuliefern, wenn man schon 2000 Kilometer gefahren ist. Wir sind ziemlich begeistert von der ganzen Sache. Da bekommt ihr jetzt noch ein bisschen Info von meinem Mann, der jahrelang Zweiradliegefahrer war. Das hat eine sehr gute Verarbeitung. Es sind alles hochwertige Komponenten verbaut worden. Hydraulikbremsen, Rohloff-Nabenschaltung, 14-Gang. Das ganze Fahrrad gibt eine gewisse Sicherheit. Auch die vordere Breite durch die zwei Räder gibt kleine Probleme. Wir passen durch jegliche Abgrenzung. Wir haben noch nie eine Tour abbrechen müssen aufgrund solcher Poller. Auch das ist in der Norm. Also wir können es praktisch nur empfehlen und ich kann nur noch sagen, Danke.